hallo und herzlich willkommen auf den ganzen gaming und heute schon mal wieder wie ihr sehen können eine runde fireworks man ja ich muss allerdings mal kurz das machen so jetzt kann ich weiter machen es hagelt nämlich bei uns und da gibt es ein bisschen probleme so wir haben wir in der letzten folge also wie lange die hell ist und das ja alles weggesprengt heute begeben wir uns mal ein bisschen nach hier hinten und gucken mal dass wir hier diese ganzen häuser weg ja ich würde sagen als anfang gehen wir hier mal in die schäune und hauen das doch mal weg allerdings gehen wir hier mal auf workshop weil wir haben natürlich auch noch andere bilder die wir nutzen können unter anderem hier auf Böller und da gibt es nämlich die hier so warum ist der ist die New in Böller egal ähm warum zur Hölle habe ich egal äh als ähm ich ein bisschen anders klinge tut es mir leid ähm ja könnte halt nämlich passend so blaupausen um zwei leises blaupausen natürlich letztens auch einfach auf speichern drücken können habe ich allerdings vergessen dass ich war ein bisschen blöd so warum habe ich den tisch wo eine kasse gut wir gucken mal hier durch was wir hier so alles nehmen können also das sie geht irgendwie 10 Sekunden steht hier die von China der von denen natürlich 1,5 1 die damit gut kugelbomben 6 haben oben bin Rohrer die Bomben Rohre ah hier sieht man auch ganz viele Sekunden ok ich glaube wir brauchen doch eher erst mal die Böller wir nehmen natürlich immer erst mal die Matrix ich weiß absolut nicht was die Matrix macht deswegen gucken wir doch mal gucken wir doch mal ähm gucken wir doch mal ähm so ich lass mich raus ok dann brennt die einfach nur alles wisst ihr aber was wir machen können finden mal so ähm genau so gut genau so gut die gehen ja mit in die Luft machen wir jetzt hier mal alles voller Tank so ok wir zünden die aber nicht an denn wir packen hier äh ne nicht die wir packen hier auch noch Matrix rein Matrix ist auch ganz gut so die packen wir hier nämlich rein so ähm perfekt äh büller 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 da jetzt müsste hier eigentlich alles in die Luft gehen jetzt müssen wir weg boah 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 ich glaube tatsächlich die Scheune ist weg ich bin mir aber nicht 100% sicher ja doch ich glaub das war mal ne Scheune oh hier steht ja ein altes Auto wie wäre es wenn wir hier mal ein bisschen was anzitten ok hat ja wunderbar funktioniert ähm ne Feuerzeug so ok jetzt go ob tatsächlich dieses Auto ist tatsächlich stabil gut lassen wir das gehen wir hier mal rüber so wollen wir hier mal kurz dieses kleine Mini Toilettengebäude hier einmal wegreißen ich glaub das da ist noch ein bisschen zu viel übrig glaub tatsächlich da muss noch ein bisschen mehr Tank rein ja doch weißt du wenn wir schon dabei sind können wir auch mal kurz ins Haus gehen und ähm hier auch schon mal ein bisschen alles vorbereiten muss ja schon überall explodieren so 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 bam 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 hier zack 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 so und auf den Zurückweg packen wir tatsächlich dann die Matrix rein so und weil wir auch noch Bock haben auf andere packen wir auch noch hier den 8-Bit-X-Bumps rein weil der müsste auch so ok dann einmal hier so den hier explodieren so genau hier auch noch ein bisschen und hier sind wir angekommen so packen wir hier mal ein Matrix-Dings noch hin so ähm und ich würde jetzt sagen rennen wir gucken uns das tatsächlich von hinten an ok ich sehe gerade gar nichts ich glaube ich auch nicht hm oh ok ja das Spiel fängt sich langsam das Spiel fängt sich langsam ja explodiert ein bisschen wow ich werde hier beschossen nie ja 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 ich glaube ich glaube tatsächlich das lebt noch jetzt bin ich 100% auf jeden Fall höre ich sie noch nein wow ja könnte möglich sein dass das kaputt ist ich glaube sogar ich habe sehr vieles hier getroffen weil das gefühlt überall brennt oh nein die Scheune die lebt ja noch ja bisschen hier an Dings an hier wieder rein ja so oh da ging irgendwas hoch ja okay ich glaube tatsächlich das ist jetzt auch weg ich frage mich gerade ob man das ja auch weg springen kann ich denke mal schon ok machen wir das jetzt auch mal weg so passt glaube ich weil wir auch noch ein bisschen Bock haben packen wir hier auch nochmal ein bisschen so welche Bomben rein äh Böller rein so so ich habe auch zurück keine Ahnung was sie machen und weg ich bin weg ok steht das da noch ne ne ich glaube das steht da auch nicht mehr gut ich glaube wir haben jetzt hier alles weggeballert ich glaube wir müssen jetzt hier aber noch die anderen beiden mit Ballern wenn die dann stehen ne die sind auch oh hier ist ein Frag ein Sperrter gegen du hast Karls Sohn freigeschaltet was Karls Sohn ich habe das Gefühl das funktioniert damit nicht ganz unbedingt auch da muss noch ein bisschen mehr damit das auch wirklich alles wegbliegt so so wir können ja mal einen anzünden oder so ich glaube das hängt jetzt wieder so ok hier ist ein bisschen gelb muss ich sagen ich glaube wir zünden gleich nochmal eine Nuke ja also ich kann aktuell gerade gar nichts mehr machen dann müssen wir wohl mal warten ähm ja bitte 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 hören sie auf hier rumzulegen ich will weiter spielen hier also das ist ja mir das ging mir vor Augen zu sagen ja dass das alles nicht geht also ist mal wirklich also spiele bitte ja warum so einfach kurz hoch so redet ja ja ist gleich fertig glaube ich ja nicht mehr nicht mehr viel ja 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 ok ich glaube so langsam ähm ist das fertig oder ich glaube wir machen jetzt noch zum Abschluss eine Nuke darüber würde ich mich persönlich sehr freuen ne und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich ein bisschen die ganzen Raketen getestet so was die alles so können ähm jetzt die Nu die kann man mit mit äh ne äh bieten nicht ich hab jetzt zwei gezündet ach kaka äh wie kann man das löschen ich will das löschen bitte oh danke ich kriege tatsächlich keine 2 haben so ähm besonders nimm ich den Tim der Tim ist auch geil aber ich tatsächlich den den ähm knallen äh Fontainebomb ne wen suche ich denn jetzt ach den Nuke genau die müsste bei Böller sein ja oh äh drehen ach eh war das ok ok so dann löschen wir jetzt einmal die hier so und jetzt zünden wir die hier an oh nein das ist vor allem die entdeckung gehen ich glaube die die Welt ist glaube ich auch mit kaputt ich sehe da auf jeden Fall irgendwas links was da umgefohlen ist ja doch ich glaube ein bisschen kaputt ist es hier schon ich glaube wir sollten mal lieber doch zwei nehmen wir auch schön hoch ich glaube zwei sind gut okay ich sehe absolut nichts mehr ja hier ging aber auch ganz gut leute wenn euch das video gefallen hat das gerne nach oben und kommentare schaut aus dem hoffen das wird vorbei der ist unten in der video schon mal verlinkt und aktiviere euch damit ihr kein video mehr verpasst haben traumhaft hau drein und euer sandow tschau